Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute haben wir Ihnen etwas für das richtige Freizeitgefühl, nämlich die saloppen Jogging-Trainer. In diesen fühlt man sich überall rundherum wohl. Diese glatten Jogging-Trainer gibt es jetzt in allen Grössen für die Eliten und Senioren und natürlich auch für die Junioren. Ist gesorgt mit den Nachwuchsgrössen 116 bis 176. Das elastische und strapazierfähige Gewebe aus 70% Baumwolle und 30% Polyester macht wirklich alles mit und ist äusserst pflegeleicht. Die Jogging-Trainer für die ganze Familie kommen Sie jetzt in allen Coop-Center und Coop-Fahrerhäuser rüber und zwar zu erstaunlich günstigen Preisen. Für den grossen Durst sorgen Sie am besten jetzt schon vor. Bei Coop gibt es die Erfrischungsgetränke. Jetzt liegt gerade zu so kleinen Aktionspreisen, dass sich einen grossen Vorrat wirklich lohnt. Hier sehen wir zum Beispiel das Gräbfrüh, Orange und Citro. Auch das naturreine Mineralwasser ist jetzt bei Coop besonders günstig. Je nach Region garantieren die bekannten Mineralquellen für Spitzenqualität Akina, Weissenburger und Losdorf. Aber natürlich nicht alleine schwitzen und trinken gehört zum fit und gesund bleiben. Sondern auch eine sorgfältige Zahnpflege. Aber da sollten Sie darauf achten, bevor Sie in einem solchen Stuhl sitzen müssen. Sie wissen ja, bei Coop können Sie alles rüber für eine gesunde und gründliche Zahnpflege. Wie zum Beispiel die Mentadent C Zahnpasta mit Fluor und die Mentadent C Anti-Plug Zahnbürste. Oder Colgate Fluor S Zahnpasta, Teramed im neuen Dosierer und Belldent Zahnpasta mit Fluor. Und ich habe Ihnen gerade noch weitere Produkte anzubieten. Nämlich Trisa Dentovit, die spezielle Füllzahnbürste mit flüssiger Zahnpasta. Das Profilac Zahnpflegeprogramm mit Zahnbürsten, Zahnseiden und Zahnstocher. Und auch Dolmundwasser zur Pflege von Mund und Hals. Sie sehen, bei Coop gibt es vieles, was Sie brauchen, um gesund und fit zu bleiben. Ja, und jetzt danken wir Ihnen fürs Zuschauen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Und achtet Sie jetzt noch auf die Aktionen, die jetzt gleich kommen. Es lohnt sich. Die Jogging-Trainer, die wir Ihnen vorgestellt haben, gibt es bei Coop besonders günstig. Der Erwachsenen-Trainer für nur 39 und der Kindertrainer von 29 bis 33, je nach Grösse. Und bis am nächsten Dienstag 200g Mokka-Fee, gefrüertrocknet, statt 57 nur 6,50. 500g Pflanzenmargarine Bonjour mit 10% Butter, nur 2,45. Und 250g Bonjour Fit für nur 95 Rappen. 125g Bär-Gamembert für nur 1,50. Und nur morgen über Monat am Samstag 5 Kilo Ohma statt 17,50 nur 15,50. Und 4 Liter Gewebe Fredler Quanto statt 6,50 nur 4,90. 500g Schweizer Erbeere für nur 2,80. Als aktueller Preisschlager gibt es 5 paar Damenstrumpfhosen Eva Grepp für nur 5 Franken. Auf Wiedersehen. Die cidade ist 5 Prozent tot 7,50. Und 24 Stunden auf Negar... 100g Hobs kettererirse.